Servus! Heute zeigen wir euch den einfachen und schnellen Aufbau von Panic Light. Der Panic Light wird in dieser Tasche angeliefert, besteht aus acht Gestaltteilen und wir werden aufbauen. Das zeigen wir euch jetzt. Und los geht's. Als erstes nehmen wir eine der beiden Seitenwände. Welche davon ist egal, weil die sind identisch. Die Seitenwand hat hier zwei Schlitze. Da schieben wir das Kohleblech mit zwei Nasen einfach rein. Das gleiche machen wir auf der Gegenseite. Und hinten folgt nun das zweite Kohleblech. Wieder zwei Nasen in der Seitenwand und drei Schlitze im Kohleblech, das schon drin ist. Von hinten führen wir die Rückwand rein. Als nächstes fädeln wir den Kohlerost ein. Der kommt über zwei Nasen. Einfach nur in das Kohleblech rein. Als nächstes folgt unser Grillrost. Der ist ölverstellbar über drei Stufe und kann mit unserem Halter bzw. unserem Bieröffner in der Höhe verstellt werden. Das war's.